Als Nächste nähert sich ein Zufallsfund im Paris-Ferraris-Halln. Im Gepäck Camilla Cialini. Hallo. Hallo. Hallo liebe Camilla. Liebe Camilla, darf ich was ganz Wichtiges jetzt machen? Das brauchen wir. Wir haben hier unten einige Punzen. Leider kann man es gut lesen, diese Art Signatur, die hier drin ist. Aber es ist auf jeden Fall ein 20er Silber. Also das ist auch alles absolut nicht glaubwürdig. Und hat Marie Antoinette, seine Frau, deren Brüste er sehr geliebt hat, ihre Brüste abformen lassen? Das brauchen wir. Herstellungszeit würde ich auf die 80er Jahre in etwa datieren. Die Informationen waren schon toll. Wie alt ist denn dieses gute Stück? 1980er. Ach, 1980er Jahre. Meine liebe Camilla, jetzt würde ich von dir gerne wissen, was du heute gerne hättest. Na, wenn es unter uns bleibt. Bleibt unter uns. Ein Euro. Ein Euro. Ein bescheidener Wunschpreis. Vielleicht zu bescheiden? Ich hoffe, dass ich das Maximum erreichen kann. Und das Maximum erreichen kann. Grüß Gott. Na, ich bin das Nervchen. Keine Ahnung. Mach mal. Das ist Silber. Na ja. Ich fang mal mit 80 Euro an. 40. Was sagen Sie denn zu den Geboten? Ein bisschen mehr hätte ich mir schon vorgestellt. 60 bei mir. Wollen Sie mit mir ein Geschäft machen? Ja. Dann bitte kommen Sie zu mir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen. Du hast keine Ahnung von Kunst. Ich habe einen Euro mit und bin natürlich happy. Das ist eine super Gewinnspanne. Besser kann es nicht gehen. Vielen Dank. Vielen Dank.